Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Schauerfeld Wenn man die Bibel so liest Eine Rezension zu Hendrike Witt, Arno Schmidt und die Heilige Schrift Bibelrezeption und Religionskritik im Frühwerk Von Armin Eidher Die meist wirklich gute alte Schmidt-Philologie hat von den 1970er Jahren an über fast ein halbes Jahrhundert hin viel zur Analyse, Interpretation, Entschlüsselung und somit zu einer fortgesetzten Rezeption zum lebendigen Fortbestehen des Schmidtschen Werkes geleistet Und so gibt es fast keinen Bereich mehr, der gänzlich unerforscht geblieben und nicht da und dort irgendwo mehr oder minder ausführlich mehr oder minder erschöpfend behandelt worden ist Aber genau darin besteht auch ein wissenschaftspraktisches Problem Denn wenn fast kein Bereich gänzlich unerforscht ist, so heißt das dass manche Bereiche noch zu bearbeiten wären Und wenn die Erforschung da und dort irgendwo geschehen ist dann kann es mühsam werden, sich aus so und so vielen Irgendwos einen so weit wie möglichen kompletten Überblick über ein Thema einen Stoff- oder motivgeschichtlichen Komplex zu verschaffen Damit hängt auch zusammen, dass Leserinnen und Leser einer neuen Generation erscheinen die im ersten, zweiten oder gar dritten Jahrzehnt der guten alten Schmidtsphilologie noch nicht einmal geboren waren die Entwicklungen und Kontinuitäten nicht miterlebt haben und bei der Erarbeitung dieses literarischen Kosmos sich oft auch mit dem ganz simplen Problem konfrontiert sehen dass die gute alte Forschungsliteratur nur mehr schwer oder gar nicht mehr erhältlich oder zugänglich ist Man denke hier nur an die Zettelkästen, die Schauerfelder, die Heideanzeiger, an die Schriftenreihe der GASL und so fort Der Suchende findet zwar verlässlich, irgendwo, alle sekundärliterarischen Titel in den Bänden der Karl-Heinz-Mütterschen Bibliografie aber, er sieht oft, wie Herr Wieland spricht, den Wald vor lauter Bäumen nicht Ja, nicht einmal ein Wäldchen, nicht einmal den ersehnten, alten, heiligen, dicht belaubten Hein Doch wie etwa seit langem schon die Homer- und Nibelungenlied, die Shakespeare- und die Goethe-Philologie sich alle ein, zwei, drei Generationen neu aufstellt, um nicht zu sagen neu erfindet So wird es auch mit der literaturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Arno Schmidt mit der fortwährenden Neuerforschung und sogar Neuentdeckung sein Die guten alten Schmidt-Philologen werden vielleicht noch die Nasen rümpfen und mit Wegwerfen der Geste darauf hinweisen, dass das alles schon abgehandelt wurde in diesem und jenem Jahr, in diesen und jenen Publikationen Arno Schmidt's Werk wurde bekanntermaßen besonders auf seine intertextuellen Bezüge hin erforscht Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, dass bis dato ein ziemlich großer Teil der als direkt oder indirekt zu klassifizierenden, zitathaften Verweise nicht nur hinsichtlich der Quellen, sondern auch einer hallraumgenerierenden Funktion nachgewiesen und interpretiert werden konnte Dies alles sei vorausgeschickt dieser Besprechung von Hendrike Witts wertvollem und unbedingt empfehlenswertem Buch Arno Schmidt und die Heilige Schrift Das 2018 im Bielefelder Eistasis Verlag erschienen ist und einer neuen Generation von Schmidt-Lesern die besonderen intertextuellen Verfahrensweisen am Beispiel der literarischen Bezugnahme auf die Heilige Schrift erschließt, das heißt auf das Alte und Neue Testament, auf die Bibel, die unsere gesamte, darf man es noch sagen, abendländische Kunst und Kultur grundiert bis hin zu Bertolt Brecht und weiter und weiter darüber hinaus Hendrike Witts umfangreiche Arbeit basiert auf der gesamten Literatur, die sich bisher der Dechiffrierung der biblischen Spuren im Schmidtschen Werk gewidmet hat und untersucht diese speziell vom Leviathan über die Nobodaddys-Kinder-Trilogie bis hin zu Kaff Jetzt könnte man sagen, irgendwo wurde das alles schon nachgewiesen und analysiert Und das stimmt auch großteils, nur dass man sich, um zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen, aus 50 Jahren Forschungsgeschichte einige Dutzend Arbeiten zusammensuchen und diese auswertend miteinander in Beziehung bringen müsste Und es stimmt auch nicht, denn das Werk bringt auch neue Erkenntnisse hinsichtlich des Wandels der Funktion der biblischen Anspielungen Und es kann darüber hinaus als Arbeitsbuch betrachtet werden, dass eine textanalytische Ernährung einen Einstieg über die Bibel, es könnte natürlich auch ein anderer sein, über Wieland Schopenhauer, Wern Offenbach vom Leviathan anbietet, mit dem ein Beginn der Auseinandersetzung mit Schmidts Oeuvre tatsächlich Sinn macht und dabei auch gleich ein schwieriges Thema meistert, wie die Anwendung der im Kapitel 1 dargelegten methodischen, philologischen und theoretischen Grundlagen mit der besonderen Auseinandersetzung mit Intertextualität und Intertextualitätstheorie fruchtbar gemacht werden kann Das heißt, es werden am Beispiel der literarischen Verarbeitung biblischer Zitate Erwähnung soll besonders auch das vierte Kapitel finden, das sich komparatistisch mit ausgewählten Werken von Schmidts und Heinrich Böll auseinandersetzt, etwa mit »Das steinernde Herz« und »Das Brot der frühen Jahre«, um die Unterschiedlichkeiten in der Beschäftigung mit dem Thema Glauben in der Literatur der jungen Bundesrepublik paradigmatisch darzustellen. Abschließend sei nur noch der Wunsch geäußert, einer Neuauflage zumindest ein Namensregister beizugeben, damit man leichter nochmals die Stellen nachschlagen kann, wo beispielsweise überall Edgar Allan Poe, Friedrich Nietzsche oder wer auch immer Erwähnung findet. Und für ein wissenschaftliches Buch ist es nötig, dass alle im Text zitierten Arbeiten auch in der Bibliografie angeführt gehören und man nicht einige dort vergeblich sucht. Das jedoch sind Kleinigkeiten. Wir legen Hendrike Witts schönes und nützliches Buch allen ans Herz, die eine wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit Intertextualität im Allgemeinen und biblischen Bezügen im Speziellen und oder einen besonderen Einstieg ins Schmidtsche Oeuvre suchen, der tatsächlich über diese Schiene auch ausgezeichnet funktioniert. Sie hörten Schauerfeld. Wenn man diese Bibel so liest. Rezension zu Hendrike Witt, Arno Schmidt und die Heilige Schrift, Bibelrezeption und Religionskritik im Frühwerk. Eine Rezension von Armin Eiter, Sprecher Matthias Pöhlmann. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcast, Radio.de und viele andere mehr. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.